Ich bin überzeugt, die Menschen gehen vor. Ich bin überzeugt, Amerika wieder auf Spur zu bringen. Ich bin überzeugt, neue Türen aufzustoßen. Ein Volk hat die Anführer, die es verdient. Amerika hat Frank Underwood verdient. House of Cards, die vierte Staffel. Ab Freitag exklusiv auf Sky Atlantic HD und auch auf Abruf.